Hi, ich bin Maximilian Heidenreich, 28 aus Leipzig und meine Sportart ist Kraftsport, also ganz speziell der Powerlifting, kennen wir auch unter Kraft-Dreikampf. Kurz erklärt ist in der Regel drei Übungen, Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben und da einfach das schwerste Gewicht bewegen, was geht. Maximilian kam damals wegen Knieschmerzen zu mir und nachdem wir die Ganganalyse absolviert haben und den Step-Down-Test, der entscheidend war, haben wir seine Kniebeschwerden in den Griff bekommen mit einer Einlage und Anpassung seines Bewegungsablaufes. Beim Profisportsegment ist es wichtig, auf die kleinsten Details zu achten und auch da das Maximale rauszuholen und gerade solche Einlagen, die einfach die Technik verbessern, sind immens wichtig, um mehr Gewicht zu bewegen. Für Physiotherapeuten und Sjörn im Einklang, das funktioniert ganz gut. Sjörn ist der Spezialist für Füße, für Knie in dem Bereich.